Auch im Kulturhaus Moos gilt, Raucher stehen vor der Tür. Drinnen beste Stimmung beim traditionellen Helferabend des Ohre-Klassik e.V., der all die, die die Oldtimer-Rallye unterstützen und die, die am Samstagabend Zeit hatten, hierher eingeladen hat. Dafür steht deftige Hausmannskost auf dem Buffet und so manches Sudenburger Bier wird gezapft. Wir veranstalten jedes Jahr einen Helferabend mit den Helfern, die damit bei waren, mit Sponsoren, mit Unterstützern der Ohre-Klassik. Das ist ja nicht nur Arbeiten, man soll ja auch feiern. Die Ohre-Klassik, hier Bilder vom Start im vergangenen Juni, ist die größte vergleichbare Veranstaltung in Sachsen-Anhalt und auch weit darüber hinaus. In diesem Jahr soll sie zum 14. Male stattfinden und es gibt auch schon ziemlich konkrete Pläne. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr am 8.6. statt. Die Route ist natürlich größtenteils noch geheim, aber es geht auf jeden Fall Richtung Süden. Die Landeshauptstadt ist mit dabei und den Rest schauen wir. Doch bis die Ohre-Klassik 2024 startet, sind noch fast fünf Monate Zeit. Und an diesem Abend zählt erst einmal die gelungene Zusammenkunft all derer, die sich dann wieder, kurz vor dem Start, um all die vielen Kleinigkeiten kümmern werden, die notwendig sind, damit alle Beteiligten Freude haben an dieser so beliebten Veranstaltung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017